Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Job-Video von mir, wie jeden Morgen. Ja, der Aurum-Skin ist wieder drin. Einmal Schimmer, also Standard. Warte mal, äh, das ist nur das Backpack. Hier gibt es einmal Standard, also Goldkönig, kein Schimmer und Skelettkönig. Das gleiche einmal bei Streinder-Umhang. Einmal Standard, kein Leuchten und Skelettkönig. Auch drei Varianten, äh, 2000 V-Bucks. Ja. Hier haben wir Skelle-Würren, äh, kann ich nicht richtig aussprechen. Standard, kein Schimmer und Herausforderung. Ah ja, okay. Äh, ich glaube, man muss dazu dann Herausforderung machen oder so. 1500 V-Bucks. Also, der ist viel zu teuer. Und der geht eigentlich klar. Könnte 1500 V-Bucks aber kosten. Hier haben wir ewiger Nullpunkt. Äh, die Tarnung ist nice. 500 V-Bucks, die würde ich mir auf jeden Fall kaufen. Äh, warum bin ich weggegangen jetzt? Ja. Ne, wahnsinnig, Leute. Bin komplett durcheinander. Ewiger Nullpunkt. 500 V-Bucks, ja, würde ich mir kaufen. Ist eigentlich eine nice Tarnung. Hier haben wir Unendlichkeit. 1500 V-Bucks, dazu passen irgendwie auch die Neon-Wings. Also, den Skin finde ich auch geil. 1500 V-Bucks ist eigentlich ein ganz guter Preis. Ja, dazu gibt es Cosmos Cape. Passt natürlich besser, aber die Neon-Wings passen auch gut zu denen. Hier dieses Pink hierzu. Äh, das Türkise hier vorne. Ja, passt. Und hier haben wir Sternenschlag, 800 V-Bucks. Äh, die Pickaxe, äh, geht, würde ich mir nicht unbedingt kaufen. Aber, ist jetzt auch nicht die Schlimmste. Gibt Schlimmeres. Hier haben wir, ähm, Blasenkampo. 500 V-Bucks. Äh, die Tarnung ist nicht so meins. Ist halt so ein Camouflage mit hier diese Luftblasen oder, keine Ahnung, Wasserblasen. Joa. Hier haben wir dann, äh, Schlachten, Stäbchen, 1200 V-Bucks. Gibt es in drei Varianten. Standard, ohne Gesichtsbemalung und Helm. Hat er seinen Blick, ne? Äh, dazu gibt es Korallenkommando. Also, den Skin an sich finde ich jetzt nicht so nice. Äh, Backpack-G. Äh, 1200 V-Bucks, halt, joa. Hier haben wir Marki Meisterin. 1200 V-Bucks. Das sind zwei Varianten. Standard und Nacht. Dazu gibt es Schrimpi, Schrimpi, keine Ahnung. Kann ich nicht richtig aussprechen. Halt, äh, Sushi. Köcheln ist das, glaube ich. Hier haben wir, äh, voll ablachen. 500 V-Bucks. Joa, äh, der ist eigentlich nice. Würde ich mir sogar kaufen. Na, 1500 V-Bucks, hätte ruhig, äh, 500 oder, äh, 200 oder 300 kosten können. Geben wir dann Handzeichen für 500 V-Bucks. Sau nice. Finde ich sogar besser als ablachen. Äh, warte, habe ich nicht komplett gezeigt. Am Ende kommt noch dann, 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 boom. Am Ende kommt dann noch der Loser. Ich kann heute nicht sprechen. Na, der ist nice. Hier haben wir aufheulen. 200 V-Bucks. Hier haben wir dann Krabbe. 500 V-Bucks, das ist auch nice. Und hier haben wir, äh, Zünderkün... Zündkerzenkünstlerin, 1200 V-Bucks. Dazu gibt es Schrottbello. Joa. Leute, das war's mit diesem Job wieder. Wenn es euch gefallen hat, doch noch rum da lassen, abonnieren, Glock, aktivieren, wenn ihr nicht mehr von uns verpasst und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ach, so, ja. Tschüss.